Aber ich meine, so ist das eben, nicht wahr? Der eine, der hat eben das gewisse Extra und der andere hat noch nicht mal das. Und dann gibt's Leute, die haben alles und haben auch noch Erfolg und Talent. Als Sänger, als Arrangeur, als Komponist, nicht wahr? Und was weiß ich, als Ehemann und Musikant, ja und Produzent. Ja, also in diesem Sinne, da steckt natürlich System dahinter, nicht wahr? Nicht blauäugiges, nein, ein blaues System. In diesem Sinne, guten Abend, Blu-Sisten, guten Abend, Dieter Bohlen. Musik Musik Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020